Ich bin das Nilpferd. Ich bin nicht fett. Ich habe schwere Knochen. Ich mache Diät. Ich fresse nur Pflanzen. Ich wohne in Afrika. Leute nennen mich Nilpferd. Aber ich glaube, es ist sarkastisch gemeint. Ich sehe nicht wie ein Pferd aus. Rutschen macht mich glücklich. Ich bin der Eisbär. Ich bin eigentlich nicht so alt, aber ich habe trotzdem weiße Haare. Mein Sohn hat auch schon weiße Haare. Ich habe da meine eigene Theorie. Es ist so kalt hier in der Arktis, dass die Farben meiner Haare erfroren sind. Allerdings kann ich sehr gut rutschen. Ich bin der Tiger. Ich bin auch eine Katze. Ich sage nicht Miau. Ich sage Ich bin Orange und habe Streifen. Ich bin Fleischfresser. Aber heute will ich nur rutschen. Ich bin der Gorilla. Ich habe schwarze Haare. Ich klettere gerne auf Bäume. Aber ich verbringe den Großteil meiner Zeit auf dem Boden. Ich bin ein Afer. Aber ich bin größer als fast alle anderen Afen. Aber ich bin größer. Ich bin der Orangutan. Mein Fell ist rot-braun. Ich fresse nur Pflanzen, aber ich bin sehr stark. Ich bin auch sehr klug. Clint Eastwood hatte einen Orangutan als Haustier in dem Film Der Mann aus San Fernando. Der Orangutan in diesem Film hieß Clyde. Ich bin nicht Clyde. Ich rutsche jetzt. Ich bin der Koala. Ich bin sehr niedlich. Ich fresse Eukalyptusblätter. Man kann Eukalyptus für Verdauungsschwäche benutzen. Ich fresse es, denn es ist fast das einzige Ding, das in Australien mich nicht töten will. Außer mir ist alles in Australien gefährlich. Oh, da kommt ein Krokodil. Ich bin das Krokodil. Leute haben vor mir Angst. Aber ich will nur jemanden kuddeln. Aber sie rennen immer von mir weg. Ich sage Halt! Komm zurück! Ich will dich knuddeln! Ich glaube, sie verstehen mich nicht. Ich bin traurig. Ich rutsche jetzt. Tschüss! Ich bin das Karmel. Ich bin ein zweihöckriges Karmel. Das heißt, ich habe zwei Höcker. Ich wohne in einer Wüste. Da ist es sehr trocken. Deshalb trinke ich nicht viel Wasser. Ich kann mehrere Tage ohne Wasser auskommen. Ich will auch ein bisschen Spaß haben. Ich rutsche jetzt. Whee! Ich bin die Giraffe. Ich habe einen langen Hals. Der Schluckauf ist für mich sehr schlimm. Erbrechen ist schlimmer. Wenn ich Schluckauf habe, erschrecke ich mich. Rutschen wird mir vielleicht auch damit helfen. Ich bin der Löwe. Ich bin der König des Dschungels. Ich bin groß und mächtig. Ich habe eine schöne Mähne. Ich habe scharfe Zähne. Warum bin ich hier im Käfig? Ich gehe von hier weg. Ich bin der Zoowärter. Ich gebe den Tieren Futter. Ich putze die Lebensräume der Tiere. Ich habe hier viel Spaß. Ich rutsche jetzt auch. Tschüss! das Ihrất Mainz. Vielen Dank.